Wer hätte das gedacht? Emmi Zollner, 25 Jahre, jung, aus Lichtenfels, wird Guttenbergs Nachfolgerin. Die Krankenschwester ist jetzt von der CSU als Direktkandidatin für den Wahlkreis Kulmbach bestimmt worden. Unser Thema jetzt in Oberfranken aktuell. Deutschland startet's in Superwahljahr und Oberfranken steckt schon mittendrin. In einem regelrechten Wahlkrimi kommt da die Direktkandidatenwahl der Kulmbacher CSU gleich. 160 Delegierte entscheiden sich in der Stichwahl für die ehemalige Korbkönigin. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass es klappt und jetzt bin ich einfach überwältigt. Wir stellen Ihnen Emmi Zollner gleich vor. Außerdem, mit einer bewegenden Trauerfeier haben am Abend rund 800 Menschen Abschied genommen von Rüdiger Bormann. Bis auf den letzten Platz gefüllt ist der Audimax der Universität. Weggefährten Freunde und Kollegen erweisen dem verunglückten Uni-Präsidenten die letzte Ehre. Chance verpasst für die große Baskets. Der amtierende deutsche Meister muss in der Euroleague die fünfte Niederlage in Folge einstecken. Unterliegt Berlin mit 82 zu 63. Und endlich Wochenende. Sie wissen, was das heißt. Endlich Zeit für die angenehmen Dinge. Skifahren gefällig? Kein Problem. Wo was geht, das verraten wir Ihnen heute. 2013 das Superwahljahr und Oberfranken ist mittendrin. Höhepunkt ist natürlich die Wahl des Bundestages im kommenden September. 299 Bundeswahlkreise gibt es. Und ob wir wollen oder nicht, Oberfranken nimmt hier eine Sonderstellung ein. Nämlich mit dem Bundestagswahlkreis 240. Der besteht aus den Landkreisen Kulmbach, Lichtenfels und dem nördlichen Landkreis Bamberg. Dieser Wahlkreis ist allerdings seit zwei Jahren in Berlin nicht mehr vertreten. Denn der letzte Direktkandidat ist 2012 zurückgetreten. Nämlich Karl Theodor zu Guttenberg, der einstige Shootingstar der CSU. Eben dieser Wahlkreis hatte auch bei der letzten Bundestagswahl, also 2009, das beste Erststimmenergebnis aller Direktkandidaten in Deutschland. Auch das holte Karl Theodor zu Guttenberg mit mehr als 68 Prozent. Jetzt, nach langem Hin und Her, hat sich die CSU in diesem Wahlkreis auf einen Nachfolgerkandidaten verständigt. Und es ist nicht überraschend, dass diese Nominierung ebenfalls alles andere als normal verlaufen ist. Das ist sie. Die Frau, in die die Delegierten der CSU im Wahlkreis Kulmbach ihre ganze Hoffnung setzen. Emmi Zollner. 25 Jahre jung, gelernte Krankenschwester, jetzt Studentin der Volkswirtschaftslehre. Kommunalpolitisch ist die junge Frau auch aktiv. Nämlich im Stadt- und Kreistag von Lichtenfels. Ich möchte mich auf jeden Fall ganz, ganz herzlich beim Alexander Hummel und beim Jörg Kunstmann bedanken, die so faire Mitstreiter mit mir waren. Und ich hätte nicht damit gerechnet, dass es klappt. Und jetzt bin ich einfach überwältigt. Aufmerksam wurde man auf die junge Frau bereits vor sieben Jahren. Damals war sie Emmi I., Korbkönigin in Lichtenfels. Der heutige Landrat und damalige Landtagsabgeordnete Christian Meisner ist überzeugt von ihr. Es haben sich drei ganz interessante Bewerber dargestellt. Ich habe das auch so gesehen, dass die Emmi Zollner einfach vielleicht am meisten Mensch gewesen ist. Am meisten sie selber gewesen ist und deutlich gemacht hat, dass sie sich auf einen Weg begibt, wo sie lernen will, wo sie auf die Menschen zugehen will. Und ich denke, dass das die Delegierten überzeugt hat. Meisner ist überzeugt, die anderen Kreisverbände im Wahlkreis sind es zunächst nicht. Denn auch das ist ein Novum. Jeder der am Bundestagswahlkreis vertretenen Kreisverbände, also Bamberg, Kulmbach und Lichtenfels, startet mit einem eigenen Kandidaten in die Nominierungsversammlung. Der Bamberger Mann, Alexander Hummels, scheitert im ersten Wahlgang. Sogar aus dem eigenen Lager erhält er nur rund ein Drittel der Stimmen. Mit dem Ergebnis des eigenen Kandidaten können wir in der Tat nicht zufrieden sein. Es war wohl die Bewerbung auch etwas kurzfristig, so kurz vor Weihnachten. Wir haben dann am 9. Januar erst die Empfehlung im Kreisvorstand geben können. Das war der nächstmögliche Termin, aber eben erst zwei Wochen vor dieser Aufstellungsversammlung. Die Stichwahl wird zum Herzschlagfinale für Emmy Zollner und den Kulmbacher Kandidaten Jörg Kunstmann. Er, der stellvertretende Landrat, der Kommunalpolitiker, der Wahlkreisgeschäftsführer, der linientreue CSU-Mann, gegen die bei weitem nicht zu erfahrene Studentin. Ihre Rede war mit etwa neun Minuten nur halb so lang wie die von Kunstmann, aber sie berührt. Sie hat in ihrem Leben selber auch schon schwere Wunden durch den frühen Tod ihrer Mutter. Sie hat gelernt zu arbeiten. Sie ist einfach eine, die auf dem Boden der Tatsachen steht. Und ich glaube, dass sie eine sehr, sehr gute Kandidatin für den Bundestag wird. Ich wünsche ihr alles, alles Gute. Auf Jörg Kunstmann empfiehlen 76 Stimmen auf Emmy Zollner 82. Schließlich ist es entschieden. Die Delegierten stimmen mit 82 zu 76 für Zollner. Mit ihr gehen sie in die Bundestagswahl. Es ist bei Wahlen wie auf hoher See und vor Gericht manchmal, man ist in Gottes Hand. Die Delegierten haben anders entschieden. Sie haben Emmy Zollner heute gewählt. Ich gratuliere ihr ganz herzlich. Ich wünsche ihr alles, alles Gute. Und wir werden jetzt gemeinsam versuchen, jetzt auch den Stimmkreis gut zu gewinnen, um dann eine starke Stimme in Berlin zu haben. Zu jung fühlt sie sich nicht. Und Angst vor den großen Fußstapfen ihres Vorgängers hat sie auch nicht. Karl-Theodor zu Guttenberg ist ein toller Mann. Und das ist losgelöst davon. Also total losgelöst. Die Schade der Gratulanten, sie reißt nicht ab, liebe Zuschauer. Emmy Zollner ist die Kandidatin im Bundestagswahlkreis 240 Kulmbach, die die CSU in der Bundestagswahl im September vertreten wird. Die 25-jährige Krankenschwester und Studentin der Volkswirtschaft überzeugte in ihrer Rede. Sie war authentisch und sie berührte ja tatsächlich die Herzen der Kreisverbandsdelegierten aus Bamberg, aus Kulmbach und auch aus Lichtenfels.